Okay, irgendwie kommt keiner. Also nochmal Lobby verlassen. Kann sein, dass ich eine verpackte Lobby habe. Was? Gleich wieder da. Was? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ben, grüß dich! Na, alles klar bei dir? Hast du dich gut erholt vom probefreien Tag? Erstmal überlegen, wie man es ausspricht. Wie spricht man das jetzt aus? Warum ist Anna in der Stadt? Ah! Anna Haselmayr? Entschuldigung, Anna H. Verdammt! Ganz vergessen, dass das jetzt öffentlich ist. Shit! Wie viel Geld hast du verloren? Das ist doch immer so. So was ist doch immer so. Wenn man das macht, dann verliert man ganz viel am Ende. Ich finde aber selber gerade keine, Alter, was ist denn hier los? Ist gerade komisch, ne? Ja, eigentlich vor allen Dingen um die Uhrzeit. Ja! Ging jetzt alle FIFA oder was? Ja, wahrscheinlich! Weil gestern ging ja FIFA allgemein nicht. Ja. Und konnte ja kein Spiel starten, gar nichts. Und jetzt robben sie alles raus hier. Jetzt finden wir natürlich keine Lobby mehr. Frechheit! Ich will doch nur meinen Fallensteller leer spielen. Was will die Gruppe jetzt schon wieder? Oh, jetzt... Oh, ich habe auch direkt ein Viererteam. Na toll. Ne, ich habe noch gar nichts. Scheiße, ich wollte noch gerade so schnell Franklin ausstatten. Egal. Ist okay. Kriege ich hin. So, Partyluftschlangen. 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 Egoisten! Sagt er mit dem Pudding. Immer diese Egoisten, ne, Pauli? Oh, ich habe auch einen Viererteam. Oh! Bei mir hat keine Lampe, zum Glück. Noch nicht, mein Freund. Noch nicht. Wahrscheinlich habe ich alles Schlimmes. Du kriegst sogar, wenn du hier unten bist, dein eigenes Bildschirm zum Zocken. Und in die Mitte kommt der Stream und rechts kommt meiner. Na, ich freue mich schon richtig drauf. Oh, es geht los bei mir. Oh, die neue Map von Legion. So, dann lassen wir uns mal krachen hier. Räumen wir jetzt mal ein bisschen auf hier. Das ist so ein geiles Gefühl, so diese neue Kontrolle. Glaubst du es? Ja, glaube ich. Ach, da läuft es, mein Freund. Ist so richtig ungewohnt. Der schade, die jagt einfach nicht. Jetzt! Ja, das hatte ich auch mal gehabt. Du warst, ähm, war er nicht in deinem Terrorrat. Du musst eigentlich nicht hin. Der muss ja nicht hin. Egal. Dann lassen wir den mal laufen. Da rennen sie weiter. Ich habe natürlich wieder diesen Schrottplatz erwischt, ne? War ja wieder klar. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin, 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 ich bin Und ich treff dich dann doch noch, weil du genauso blöd bist und sprichst vom Balkon runter. Ich seh dich. Ja. Oh Gott, dann lauf mir in die Arme. Oh Gott, dann lauf mir in die Arme, dann lauf mir in die Arme, dann lauf mir in die Arme. Wow, hat er einen Lack. So. Da ist einer. So. Ich muss mal ein paar Fallen aufversammeln. Der ist fertig. Oh, da war noch einer. Hast du deinen Werkzeugkasten verloren? Oh, das tut mir aber leid, mein Freund. Oh, da war er. Oh. 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 Ah, haltung gelaufen. Oh, was mach ich denn für'n Mist? Wiese versucht mich anzuklicken von hinten. Ah! So. So, dafür dass du mich gete-backed hast, kenne ich dich. Mein Freund. Da bist du ja selber schuld dran. Hättest du mich nicht gete-backed, hätte ich dich nicht gekämpft. So, dich töten wir direkt. Du, ich hab alle Zeit der Welt. Du kannst da gerne hinkommen, hol'n, häng ihn ab. Kommt! Ich warte nur drauf. Jetzt hab' ich beide, jetzt hab' ich beide. Es ist doch schön, wenn du beide hast dann. Ach, der Zold ist davon gekommen. Naja, gut. Was soll's. So, dann laufen. Ja, T-Becke ruhig weiter, mein Freund. Oh, mein Gott, da stehe ich drüber. Schade, er ist von der anderen Richtung gekommen. Chichi, Leute. Chichi. Oh, das gab 70.000 Blutpunkte. Was haust du denn ab? Cycling. So. Ja. Ja. die habe ich kaputt getreten schade schade ja jetzt darf ich noch ein bisschen streamen dann kommen wir gerne ja ich mache mir dann wenn wir waren des films kein problem ja das wort auch zeit dass du letzter ausgesenken ich wenn du tipps was ich zu dir beim ausgang da warte ich doch einfach da stehe ich drüber so das heißt ich nehme jetzt noch mal pudding mit pudding für die füsche so wünsche ich dem jetzt mal gucken ob wir direkt jemanden leute finden oder eher nicht so oh nöt auf zwei oh das ding natürlich gerade mit was haben wir hier monströses schreien kratzt das spiegel was das mit diesem spiegel auf sich wo ach scheiße habe ich aufgepasst spiel mit deinem messer hätte ich nehmen können das ist aber doof dafür ist mein michael auf 30 jetzt lernfähige perks genau das beste kommt zum schluss jawohl den kannst du dann auf alle killer freischalten die du hast jaja ja wird doch langsam mein türmchen wo ist denn mein trinken schon wieder was brauchst du denn schon wieder wo ist denn mein trinken hin wo ist denn mein trinken hin hä was loppi verlassen nee suche ich nicht bin gleich wieder da mal los ich versuche ichся die So, jetzt kann ich noch einen Loppis suchen. Ja, warte mal, Stefan. Ähm, wenn ich jetzt dieses Grabstein aktivieren würde, ja, dieses Judith Grabstein als Add-On, ne? Kann ich damit nur einen töten oder immer jemanden, wenn ich einen gekriegt habe? Immer wenn es Stufe 3 ist. Nur wenn es Stufe 3 ist, aber dann immer, immer wieder. Ja. Und ich würde dir empfehlen Judith Grabstein mit den, äh, was war's, warte, ich gucke. Genau, das wollte ich wissen, mit was sollte ich das am besten spielen. Ja, ich gucke, ob ich das habe. Ich glaube aber nicht. Äh, doch, mit duftender Haar, duftendes Haarbüschel. Duftendes Haarbüschel? Dauer von Diabolik 3. Duftendes Haarbüschel? Ich habe hier nur, äh, sehr seltenes Add-On. Ah. Äußerst seltenes. Aha, also rot. Ja. Die beiden, äh, boah. Wenn du die beiden spielst, ist vier Polen offen, oder was? Weil ich habe nämlich, von dem Grabstein habe ich vier Stück, deswegen. Du hast von den, ja, Kraft. Ja, ich habe vier Stück von denen, aber von diesem Haarbüschel habe ich keinen. Ich habe von den Haarbüscheln vier, aber von dem Grabstein nur eins. Ne, von dem Grabstein habe ich genug. Frechheit. Können. So, wen spiele ich denn mal jetzt? Eine Fallenstelle, auch komm, die Fallenstelle, könnte ich auch mal spielen. Ich auch mal wieder spielen. Und direkt wieder gegen das Viererteam. Äh, ich warte noch. Wenn der eine mir nicht die rote Leitung behält, bin ich raus. Aber sowas von. Ich habe keinen Bock, gegen so einen zu spielen. Was hat denn der für einen Ping? 300er Ping. Boah, ne. Da würde ich rausgehen, alter Hauf. Der backt dir so über die Karte. Ja. Der Letzte ist mir schon über die Karte gebackt. Der hat den roten Ping. Ja, der Letzte, der ist mir auch über die Karte gebackt, deswegen. Ja. Was baust du da für einen Scheiß? Ein Turm. Einfach so, weil ich kann. Aus was baust du denn diesen Turm? Äh, Steckblumen. Okay. Während ich immer auf Leute warte, ist das ein ganz netter Zeitvertreib, weißt du? Den habe ich gestern angefangen, gestern Abend. Sieht schon nicht schlecht aus. Und die Spitze kommt dann irgendwann hier oben drauf. Wer kann, der kann, ne? Wer kann, der kann. Da hat einer aber ordentlich Langeweile. Findest du das? Aber sowas von. Boah, da kann ich ja noch 30.000 Kippen rauchen gehen, Alter. Bis ich immer eine Lobby finde, Alter. Was ist denn hier los? Gestern ging das ruckzuck. Ja, gestern habe ich auf, äh, auf Suchen gedrückt. Zack, war ich sofort in, in, in einer Vierer-Dobby drinne. Moin, Tanoshi. Yo, 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 yo. Okay. Aber nicht mit einem 300er Ping, das kannst du vergessen, dann kannst du ohnehin spielen. Warte ein bisschen, bis, äh, vielleicht beruhigt er sich. Manchmal ist das ja so. Nein, den kenn ich, den hatte ich eben auch. Okay. Der beruhigt sich nicht. Na, vielleicht kommt er jetzt zu mir. Dann kannst du dich denn mit dem rumschlagen, aber nicht ich. Äh, Tanoshi, Tanoshi, ist das nicht, äh, von, äh, Olli? Äh, das kann ich dir gar nicht sagen. So, jetzt aber, Tanoshi. Moin, moin. Tanoshi doch... Müsste. Das ist nett. Fragen doch. Geh mal ein Schwimmbein und fragen. Müsste mich ja hören. Nein. Nein, theoretisch. Nein. Nein, diesmal nicht. Ich bin mit dem Xbox Party drinne diesmal. Ja, bei uns auch. Oh. Mochu, Nordrhein-Westfalen. Dann hast du wenigstens einen vernünftigen Ping. Ja, hast du. Ist ja auch geil. Mochu, Nordrhein-Westfalen. Das hört sich ja auch geil an. Ist ja auch noch nicht gehört. NRW halt. Nordrhein-Westfalen, ne? Mhm. Könnte in deiner Ecke sein. So. Er baut wirklich diesen Turm. Er baut wirklich diesen Turm. Neben dem hatte ich kein Null drinne. So. In welchem Killer hatte ich denn Null drinne? Turm ist fertig. Ja, nice. Ich sehe zwar jetzt nichts mehr von meinem Bildschirm, aber ist okay. Ich kann sagen, ist doch scheißegal. Der ist ja nur 18 Stockwerke hoch. Und ja, kann ich bin der von Olli. Okay, dann hört er dich anscheinend doch. Sehr schön. Warte. Lars oder Lukas? Ich verwechsel jetzt immer. Lars oder Lukas? Einer von beiden. Lars oder Lukas? Hm. Ja, ich kann den Namen nicht merken. Das ist hier die Frage. Die Frage der Fragen. Na, wieso bist du denn nicht so fest, wie es sein soll? Egal. Genau, Lars. So, erster Turm ist fertig. Auf zum zwe... Lars, ha. Auf zum zweiten Turm. Oder auch nicht, weil es losgeht. Welchen Killer soll ich spielen? Ich weiß es immer noch nicht. Aber die Karte ist auch kacke. Der ist auf ... ... Das war's für heute. Ist hier der Keller? Nein. Ist hier schon einer in die Falle gelaufen oder was? Ja. Das ist mir die Sonne. Ich glaube ich mach den Baum dicht. Das war's für heute. Das war's für heute. Wow. Wow. Jetzt haben wir dich. Wow. Sie macht echt den Gen fertig. Er macht echt den Gen fertig. Okay. Befreiung. Befreiung. Das war's für heute. Jetzt können wir abhängen. Das war's für heute. Was ist das wert, Mädel? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Die sind da noch und heilen. Der ist tot. Das war's für heute. Das war's für heute. Hat er gut gemacht. Sieht er? Oh, ich bin da neben dir ran. Na kommtsin! Danke! Woah! Pfff! Pfff! So, das heißt wir gehen nach da. Ich will die Clodette haben. So! Let's begin! so was macht die? packt die da jetzt durch oder was? ja die ist reingepackt oh ist mir egal so du hast ja Zeit, es gibt Punkte für dich ja jetzt ist es aber mir im stream der Ranschi mhm ähm ist mal ein Zalto gedreht? ja, mir fehlt nur noch eine und sie muss noch einen Gen machen ok ich weiß wo es ist wir gehen nach rechts rum schade ich will mal einen Kaffee na wenn sie die Luke findet, findet sie so ist okay ja, sie hat sie tschi tschi 91.000 Flugpunkte gemacht so muss das wie gehts dir? gut und dir? ah schöne Runde gewesen die hat Spaß gemacht die die sind die Nee, heute mal nicht Aufgrund Beziehungsweise dieses Wochenende nicht Und nächstes weiß ich auch noch nicht Weil ich halt viel Momentan auf der Waldbühne zu tun habe Und da dauert das Immer ein bisschen so, ne Ich glaube, ich nehme mal hier So einen genähten Beutel mit Heimgesuchter Boten Das heißt, wenn sie den machen Kann ich es ja alle mit einem Dings Okay Von wem hast du den? Mit das Gespenst drin Nicht mit dem Geist Das Gespenst heißt es Ja, das Teleport-Milder Ja, Fluch, Heimgesuchter Boden und Hass So einen des Gespenstes Fluch, Heimgesuchter Boden und Hass, okay? Mhm Bin ich auch Aber nur wenn du vernünftige Killer oder Survivor hast Wenn So, auf zu meinem nächsten Turn Eins, zwei, drei, vier Ja Ich brauche noch mehr Steckblumen Die reichen doch nicht, um mir so ein Haus zu bauen Pas sicher Okay, kann mal Das geht Ich freue mich schon, wenn wir mit Pauli wieder Darauf freue ich mich. Uns gemein, muss ich gestehen. Auf unseren gemeinsamen Stream. Wir müssen mal belegen, welche Spiele wir alle spielen. Ja, wir können ja Koop-Spiele zocken und alles mögliche dann, ne? Dann brauche ich irgendwann nur noch eine Elgato oder was weiß ich, um, äh, spiele mal Gejagter. Ähm, wird es auch noch geben, aber wahrscheinlich nicht heute. Ähm, dass ich mal irgendwann ein Elgato mir hole, damit ich auch mal Zelda und sowas streamen kann. Toxic 98, den kenne ich. Hm. hmmm Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hat er gut gemacht? Machen wir aber kaputt. Ich kam nicht durch, ey. Hat er mich verarscht? Ja, hat er. Hä? Hier lang ist er. Wow, Sprintboost oder was? Und Disconnect. Ähm. Ah. Ah. Ah! Weil er hat zugeschlagen. Ich bring dich da hin. Ja, das habe ich schon. So. Ich rede nur einmal kurz gegen die Lampe. Wir machen den fertig. Na komm, rette ihn. Ah, er zieht nicht. Okay. Okay. Wow, hast du einen Lack. Na, ich bin hängen geblieben. Das kriegst du eh, mein Freund. Da ist er lang. Früher oder später krieg ich dich. What the fuck? Was? Das macht er echt nie. Der ist nicht schlecht. Ey, komm. Das ist ja wohl jetzt echt jacher. Jetzt habe ich dich. Hä, wo ist er hin? Was? 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 Oh, du darfst es noch nicht tot sein. Nein, ist er nicht Und das war mein Aufgezerdorf nun Schade Wow, ich bleib immer hängen Boah, komm Ey, ich krieg grad die Krise Okay Der ist tot, den habt ihr sterben lassen, Jungs Ja, den habt ihr sterben lassen Ja, den habt ihr sterben lassen Ach, sie will wieder zu der Palette, oder was? Ach, der tat Und Ich bekämpf dich, wenn es sein muss Und sie ist da lang Sie leckt hier rum Oh 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 Da hinten ist sie lang. Sie weiß wenigstens, wie sie das machen muss. Die spielt echt nicht schlecht. Muss man ihr ja mal lassen. Ach ja, renn du mal. Ich suche jetzt den anderen. Ja, erkämmt dich tatsächlich, die Luke, oder was? Ach, Sprintwust, ich hab's vergessen. Ah, scheiß hier ist es. Ja, ja, mach du mal die ganzen... Ich weiß, wo die Luke ist, weißt du's, Au-Mädel? Das ist hier die Frage. Oh, jetzt wär ich fast runtergefallen. Sie leckt so rum. Die leckt so rum, ey. Das ist unglaublich. Ja, sie weiß, wo die Luke ist. 100%ig weiß sie das. Ja. Sie rennt direkt drauf zu. Die ist satt so rumgeleckt. Das ist ja unglaublich, ey. Boah. Kotzt mich das an, ey. Kauf dir mal Leitung. Leitung. Boah. Lecki, lecki, leck. Leck, leck. Ja, aber sowas von. Das ist echt unnormal. Aber sie hat gut gespielt. Sie hat's am meisten verdient. Sie hat echt gut gespielt. Muss man mal sagen. So. Ah. Wir haben schon über... Wir haben jetzt gerade innerhalb von diesen paar Runden Reihe oder Viere. Reihe waren es, glaube ich. Einmal 100.000. Ja. Ganz gut Buchrunde gemacht. 240.000. Ist okay, denke ich. Okay. Wie lange geht denn das eventuell noch? Steht das da? 2 Tage bis 6 Uhr. In einem Tag. Ja. Also morgen Abend. Hm. Wie fühlt mir weg? Wie fühlt mir weg? Um... Hier fällt ne Menge weg, hier wird wahrscheinlich nix wegfallen. Jawoll, günstig durchgekommen. Hier ist noch ein neuer Perk. Ah, dann nehmen wir erstmal den hier weg. Weil hier fällt viel, viel mehr weg. Hier fällt wieder ne Menge weg, wenn wir hier dicht machen. Um... Ah, wo ist das wieder hin? Ah, natürlich nimmst du dir das! Ach man! Ach man! Was ist das? Dann können wir hier schon mal vorbereiten Und da hingehen Dann, jo Damit hätten wir das schon mal So Haben wir Ace noch ein bisschen hochgelevelt Den will ich auf jeden Fall noch fertig machen Mit sämtlichen Perks, die ich schon freigeschaltet hab Sind nicht so viele Und dann leveln wir ein paar Überlebende noch Wie viele Level fehlen Und sind dann noch Zwo, vier, sechs Sieben, acht Neun Elf Zwölf Dreizehn Das wird auch ein Spaß Aber ich bin jetzt auch erstmal raus Und meiner Frau noch einen Film gucken Ja Freut sie sich Weil wir haben in letzter Zeit sehr wenig Zeit So ist das halt manchmal Dann können wir im Beruf leben Ist ja kein richtiger Beruf Naja Das macht süchtig Dieses blöde Teil Die Das ist mir Ja Das kommt Von Mitarbeiter Das ist mir Es Das war's für heute. So, ich bin trotzdem raus. Macht's gut, bis dann, tschau. Jo, wir hören uns. Jo.